und herzlich willkommen wir wollen jetzt hier mal ein bisschen testen ich habe so probleme mit obs i don't know why wenn ich es wüsste wie ich schlau bin ich schlau nein ich bin alt zum glück wenn ich ein altes mann da kann dort wir sagen aber für das deutsche volk denn wir spielen heute morgen iron front liberation ich war gestern abend schon drin das ist ziemlich nice quasi ein komplett polen nachgebaut und wir haben die aufgabe das einzunehmen beziehungsweise unsere eingenommenen dörfer zu beschützen und die roaming die versuchen es immer wieder einzunehmen die amis und das sollen wir verhindern mal gucken ob es das gelingt was ich bin alleine von 7 egal jetzt dd dd d 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 m ist der präsident happy birthday to you ja heute morgen mal früh am morgen so schwer ich bin mal sehr gespannt ob wie das jetzt heute läuft die große verzögerung ist also dass die gleiche anscheinend level up wo ist es die musik join the fight wir gehen mal nach delta so arsenal könnt ihr euch selber aussuchen ich habe schon was vorbereitet obwohl wir das noch mal ändern werden denn wir haben ja ein paar spielereien hier bekommt man die hier nehmen genau dafür nehmen mg 42 mit genau da sagen wir sprechen mg 42 so sprechen und schließen dort schon haben wir es das läuft hier ein bisschen anders ab mein gott ist das riesig und mine was ist hier also wir können hier auch oh mein gott ah ok er braucht eine base alter wie ich mich geschrauben huse fack wirklich schon good morning also ich bin gut und schon nach hau gut morning so um gucken data data wo sind wir denn who am i please da ach du kacke wir sie mit dritt mit dem man los ja hier können wir bauen und hier können wir sagen hey ich bin ein auto haben da brauchen wir so und so viel für einheiten begrenzung fünf das baut er gerade auf ich habe keinen plan wie man es macht deswegen nehmen wir mal davon ein der kostet nicht so viel wir können direkt im druck ballern er hat sich die kühlungsziege gebaut also wenn er mitspielen möchte bescheid sagen kann sofort losgehen es kann jeder jederzeit mit die kühlungsziege war sie für captain geworden gestern noch nice na ja ich habe gerade drei panzer gestern getötet Jahrhundert 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 Wir müssen mal wieder auf die Karte gucken, weil auf der Karte sagt er uns als erstes, ob er ein Panzer ist oder ähnliches. Wir müssen mal wieder auf die Karte gucken. Wir sehen die hier durchgegangen. Laufen. 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 Was ist das? Ich habe hier einen Halftrack. Die Gunner ist aus. Ich habe hier einen Halftrack. Ich kann ihn killen. Ich habe hier einen Halftrack. 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 Okay, ich habe hier einen Halftrack. 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 Das eine Halftrack! heute sind gelben wünsche erlaubt also wenn ihr euch irgendwas zahlen hey leeroy fanboy good morning ausrüstung aber den schmeißen ja okay gut das kann ich haben jetzt geht es um die ich habe einen die 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 Trämmen Backpack. Sniper Closing. Trämmen BioLattice, Communication, Navigation, OK, let's save it, this is normal. So, we must build something new. Let's take a tank, we can also take a tank destroyer, I think. Let's take this. Let's take a tank. Hmm. 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 So, now we want to take in the tank station. Let's take a tank. Hmm. 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 It's a long way to Tipperallee Da würden wir dann weiter weg Oh, oh, 40 40 Der Ding ist wirklich langsam Really slow The King Tiger Drive 50 Der Königs Tiger 450 hier Das Ding gerade mal 33 Maybe next time I drive another Oh, 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 oh We have seen a man Wow Der kann schnell drehen Auf der Stelle Aber es der beschleunigt hat Today it's a long time It's a long time Tardarum Dada Tardar Daaaah! Ja, welcome to my stream! Willkommen zu meinem Stream! Ich hoffe, ihr könnt euch gefällt es. Zumindest ein wenig. Oh, sehe ich Schütteln? Okay, wir können es hören. Ich bin auf der Weg! Ich bin auf dem Weg! Ich bin doch schon fast da! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Adresse, Adresse, Switch, ja. Ich habe es auf dem Map markiert. Ich habe es auf dem Map markiert, und ich habe es auf dem Map markiert, und ich habe es auf dem Map markiert. Wir haben hier noch ein paar Lungen gemacht. Ja. Okay, das ist gar nicht mehr so einfach. Das ist gar nicht mehr so einfach.